hallo und willkommen zurück bei day of billions so wir machen jetzt die stelle eine festung ich wollte nur noch mal eins sagen ich finde solche missionen wo man begrenzte einheiten hat eigentlich immer richtig kacke genauso wie ich das zeit finde wenn du eine zeitbegrenzung hast aber hier hast du ja im prinzip nur den helden ist das wieder was anderes und die mission freue ich mich eigentlich immer nur weil es mega viele forschungspunkte gibt das ist halt mega krass aber nichtsdestotrotz wir fangen lesen wir sind uns nicht ganz sicher wozu diese festung im süden der wüste gedient hat außerdem einem gebäude im norden befindet sich alles andere der festung im freien aufnahmen zeigen lediglich ein paar maschinen und etwas was aussieht wie leichen berge unsere kundschafter berichten dass es nur so von infizierten im komplex wimmelt ein riesiger schwarm hat die festung wohl überrannt versuche alle infizierten zu vernichten aber gehe mit äußerster vorsicht vor wenn du einen schwarm aufschreckst ist das dein todesurteil setze die verteidigungsanlagen der festung taktisch ein oje das ist schwierigkeitsstufe vier das ist die höchste die wir bis jetzt von solchen missionen hatten also es wird die schwierigste mission wahrscheinlich von allen die wir bis jetzt in diesem ding hatten müssen wir mal gucken aber ich renne wahrscheinlich direkt in so einen schwarm rein ist great gucken wir mal so komplexe mp einheit 6 sektor 9 achtung alle transportfahrzeuge müssen die leichen westflügel an liefern mpv container werden montag bis freitag um 10 uhr abgeholt ja dann gehen wir mal rein so renner mit zwei schlusser kohlen ist schon mal nice great sure thing affirmative wo sind jetzt die schwärme wir sind überall ein bisschen gegner got it chief i love it werden ja auch immer stärker great got it that's easy gut das kann ich auf jeden fall für mich nutzen selbst bei großen schwärmen kann ich in dieses gebiet immer umlaufen außer die kommen von allen seiten das schaffen wir natürlich nicht sure thing aber ich will noch einfach das heißt hier wird auch wahrscheinlich nichts sein was mich bedroht außer ich kill mich wieder selbst durch irgendwas denn die habe ich mag es nicht doch ich finde es nicht so gut ich finde es nicht so gut Die mag wohl die Barrik haben hier nicht. Hier draußen ist ja echt viel los. Ich sage wir arbeiten uns mal nach links. Ein paar haben sie wirklich oft angesetzt, die Verteidigungsdinger hier zu zerstören. Die holen hier immer mehr Leute zu sich, aber die Sandsäcke reichen. Die wollen ja einfach zerstören. Okay, das sind schon ein paar mehr jetzt hier, aber die kommen nicht alle gleichzeitig. Zumindest noch nicht. Und da wir nicht mehr Dreischuss brauchen, kommen wir auch super klar eigentlich. Der von hinten. Dann gehen wir erstmal so rum, weil hier geht es gerade gar nicht weiter und hier unten hinten scheint auch Ende zu sein. Dann können die mir nicht mehr von hinten in den Rücken fallen. Also könnten schon, aber... Okidoki. Oh, hier winken sie noch mehr. Ja. Affirmativ. Sweet. I love it. Yes? Not a problem. Alright. Wurde ich einmal getroffen. Schlimm. Ich liebe es. Nice. Jetzt kommen sie aber auch alle, wa? Da. Dass der noch vier Schuss braucht. Schlimm. Schlimm. Ja. Da ist ne Tür. Nice. Das ist einfach. Great. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Kann man schon mal was übersehen. Das ist für das Empire. Perfekt. Ja. Entstanden. Ich würde sagen, wir gehen erstmal, bevor wir da reingehen, hier lang. Ja? Das ist einfach. Okay. Für das Empire. Werden wir hier zum Glück geslowed? Great. Wir zum Glück nicht. Der andere aber bestimmt. Die Soldaten werden ja auch geslowed, während die Jäger nicht geslowed werden bei sowas. Without delay. Hm. Gute Qualität. Piece of cake. Great value. No doubt. Great. No problem. What do we have here? Understood. Come on. Okay. Hier ist einiges los wieder. Yes. Sounds good. For the humans. Right away. Perfect. Of course. Ich will gar nicht wissen, wie schwierig das auf dem schwierigsten ist. Gotcha. Ich könnte auch Granaten einsetzen. Aber solange diese Krankenschwester nicht da sind. Okidoki. Without delay. I'm on it. Let's go. Affirmative. Great. Great. Sounds good. Looks cool. Great. So, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Okidoki. Ich habe zumindest nichts aufblinken. Oh shit. Alright. Den habe ich übersehen. Let's go. Ich habe zumindest nichts aufblinken sehen. Wo kommst du denn her? Sure. Of course. Was haben wir denn hier? MPV Logistik. Achtung. Lieferungen werden nach Priorität versendet. Nutzen Sie die Entsperrungsformular für neue MPV-Bestellungen. Of course. Bullseye. Let's go. Come on. Yes. Of course. Come on. Hier ist auf jeden Fall das Hauptgebäude anscheinend. Yes. Of course. I'm on it. Great. Attack. I'm on it. Yes. All right. For the humans. Yes. Ich muss noch sehr viel Zeug finden. Right away. Ein komplett voller Raum und dann habe ich auch alles. Piece of cake. Two weapons. Double the fun. Let's go. Da hinten ist noch ein dicker. Perfect. Yes. Gotcha. Roger that. For the Empire. Understood. I love it. Of course. Gotcha. All right. So. Looten. Yes. It's worth taking it. Wonderful. Wonderful. Der Raum scheint echt voll zu sein. What's that? This will come in handy. The more the merrier. Got it Chief. Der Raum ist ja komplett voll. Good fine. Show me the money. Sweet. So lobe ich mir das. Great. Come to mama. I can do that. I like it. Great value. No doubt. Hmm. Good quality. What do we have here? Got it. Oh yeah. This is for the Empire. Nice. Interesting indeed. Gotcha. I like it. Awesome. All right. Priceless. So. Irgendwas übersehen. Möglichkeit besteht bei so einem vollgepackten Raum. Ich sehe nichts aufblinken. Nice. Scheint alles zu sein. No problem. Let's go. Es fehlt auch nicht mehr viel. Also der Raum, der hat richtig reingeballert. Aber es fehlt noch was. Gotcha. Yes? Okie dokie. Amazing. Sure. Piece of cake. Okie dokie. Okie dokie. All right. Yes? Child's play. Yes. All right. Got it. I love it. Roger that. Sure thing. So. Den habe ich gesehen. Sonst habe ich hier nichts gesehen. Score. Granaten. Okie dokie. Ok. Was haben wir denn hier? For the Empire. Achtung. Rohmateriallager. Der MPV-Einheit liegt bei 100% komplexer Stromausfall im Komplex. Yes. For the humans. Huh. Cool. I love it. It looks great. Was ist das? HPP. Yes. HPP 9000. Was ist das? Was ist das? Eine gute Frage, was das ist. Yes? I'm on it. Great. Gotcha. Yes? Got it. Got it. It's worth taking it. Sweet. Okay, hier ist ein Wasserpumpen. Got it, Chief. Right away. Score. Is das eine Müllverwertungsanlage? Awesome. Got it. Sieht auch nicht organisch aus. Für die Menschen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber warum sind hier Ventilatoren drin? Natürlich. Aber hier sind Fleece plant. Das ist leicht. So, das haben wir volles Film nach 30. Die haben wir eigentlich hier. Interessant indeed. Dann haben wir alles. Haben wir alles, ja. Okay, ich kann mir gut vorstellen, die Mission war, obwohl die Stufe 4 war, eigentlich relativ einfach. Wir spielen auf einfach, klar. Aber ich denke, je schwieriger das wäre, desto brutaler wäre diese Mission. Aber die Krankenschwester fand ich halt persönlich schwieriger, weil dieser Gegnertyp einfach den, die hier auskommt hat, so ein bisschen. So. Oh, 940. Nice. So, leveln. Nochmal ein bisschen stärker machen, würde ich sagen. Und beim Messner nochmal ein bisschen schneller angreifen. Genau, Angriff, ne. Angriff ist die beste Verteidigung. Jetzt haben wir zumindest den letzten. Das heißt, jetzt fehlen nur noch die. Und dann können wir alle durchlesen. Ich habe die hier wirklich noch nicht gelesen, ne. Ich habe die ja für euch kurz ausgemacht. Ihr könnt pausieren, dann könnt ihr die lesen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir noch zwei Level kriegen könnten, dann würde ich hier eine Angriffsgeschwindigkeit und dann hier nochmal eine Angriffsgeschwindigkeit. Wir können natürlich auch die Geräusche wegmachen, da nicht so große Horden kommen. Ich denke, ich mache den und den. Voll auf Angriff. Ich meine, Angriffsgeräusche reduzieren. Ja, interessant. Aber ich will ja eigentlich, dass sie dann nach und nach kommen. So, wir haben 900. Also warte, ich habe doch hier was gesagt, ne. Globale Sicht. Können wir mal gucken. 140. 300. 500. 700. 740. 1040. 1440 wird das kosten bis hier hinten. Schlimm. So, was wollte ich jetzt aber beim letzten Mal machen? Hier könnten wir jetzt auf den gehen. Aber ich hatte doch einen Plan. Hier die Unterkünfte wollte ich probieren. Der kostet halt 100 Öl. So, jetzt hätten wir noch 140. 150. Jetzt kostet der aber 200. Mehr Gold beim Töten von Infizierten. Da hätten wir zumindest die Soldaten drin. Ich meine, die Züge sind eigentlich nicht schlecht, weil die Züge kommen relativ häufig und geben dann gut Ressourcen. Die ich von Anfang an schon bekommen könnte. Mich interessieren halt die anderen Soldaten. Mich interessiert auch dieses Gebäude. Aber hier, das könnte man durch einen Lucifer ersetzen. Und unser Angriffstrupp, die reicht eigentlich aus. Was steht denn das? Diese Kavalier steuert diese beeindruckende Tötungsmaschine. Sie hat einen extrem schnellen Streuschuss mit großem Flächenschaden, weise ihn an Infizierte zu verfolgen und genieße das Spektakel. Tanathos hat einen mächtigen Raketenwerfer mit großer Reichweite. Er kann Dutzende von Infizierten mit nur einem Schuss vernichten. Sollten die Gegner zu nah sein, wechselt er in den Nahkampf. Das haben wir schon gelesen. Ich finde halt die Züge könnten natürlich den Anfang extrem stark verbessern. Die Balliste weiß ich nicht. Dass die alle mehr Leben hätten. Ich würde gerne von hier so ein paar Sachen wegnehmen. Die ich eigentlich nicht mehr rauche. Wie gesagt, das muss ich halt testen. Das Problem ist, die Punkte kriege ich halt nicht zurück. Aber ich würde es halt gerne testen. Oh, dass das 200 kostet. Schlimm. Ich bin schon ein bisschen geneigt, die Dinger zu verstärken, aber Steinwände haben bis jetzt immer gut gehalten. Ich könnte natürlich auf den Ill-Transport setzen, dass wir wirklich hier auf die Wespe gehen. Mit jedem Zug eine Wespe. Weißt du, wie viele Wespen das sind? Das ist schon krass. Das heißt, dann würde ich jetzt sparen. Anstatt was Neues zu kaufen. Wobei das natürlich auch stark wäre am Anfang. Ich habe die Steinbrüche auch nie geupgradet, tatsächlich. Das habe ich ganz vergessen. Weißt du was? Wir sparen das. Wir sparen. Wir sparen auf die Züge. So, haben wir noch eine Dreier-Mission. 4, 4, 5. Scheiße, wir haben keine Dreier-Missionen mehr. Okay, dann machen wir der giftige Sumpf, weil der erscheint hier sicher zu sein. Vielleicht kriegen wir dann hier noch sowas. Dann machen wir den giftigen Sumpf. Wie geht so langsam der Platz aus? Viel kommt nicht mehr. Diese Sumpf-Landschaft sind durchsetzt mit einem übel riechenden Gestank. Die Infizierten in der Region scheinen eine Mutation entwickelt zu haben, was sie an die Gewässer angepasst hat. Ihre Körper verströmen tödliches Gift, welches sie über große Reichweite ausspucken können. Es ist essentiell wichtig, das Nest der Infizierten zu vernichten oder es könnte in Zukunft Probleme für unsere Kolonie werden. Vernichte alle Kolonie 1800. Jeder setzt sich in Schwärm, vernichte die Dörfer. Alles klar. 96 Tage, das ist schon mal gut. Ah, ich mag das Thema der Karte. Jetzt müsste der Zug ja direkt hier Zeug bringen, ne? Okay, das ist etwas früh. Aber wir haben das erste Haus gekillt. Ich dachte sagen wir, direkt Ressourcen, nice. 17. Ach, das sind... Boah, die machen aber Schaden an meinen Dingens. So, du bleibst mal hier. Wir haben hier zwar Öl, aber da gehen wir gerade mal nicht drauf. Okay. Okay, wir können auf jeden Fall das Wasser nutzen. Okay, wir können auf jeden Fall das Wasser nutzen. Ready and waiting. Aber wir brauchen Nahrung. 23. Können wir direkt mehr Holz oder so? 10, 9. 11, 12, 13. Oh, der Zug sieht auch ein bisschen anders aus jetzt. Okay, hier ist eine gute Verteidigungsposition, die wir erstmal nutzen. Das gefällt mir. Warte, hier ist Rand der Karte. Okay, ich wollte hier zubauen, aber... dann scheint da wahrscheinlich nichts zu sein. so kommen. Okay. Building completed. So, mehr Häuser. Und hier, dann hier, das heißt... Ja. So geht. What? At your service. Ist eigentlich praktisch, dass das so ist. Da können wir unsere erste Verteidigung auf jeden Fall so bauen. Ich hoffe nur nicht, dass die hier von dem Zug kommen. Komm. 300 Gold jetzt. So, wir bauen direkt nochmal... Wir haben hier nicht so viel Platz tatsächlich. Wir bauen hier die Dinger hin. Wir bauen hier die Dinger hin. Ne, Schreinerei und so. Machen hier nochmal Nahrung. Aber ich muss auf jeden Fall. Aber ich muss auf jeden Fall nach hier hinten weiter ausbauen. Das reicht sonst mit den Gebäuden nicht. So, wir sparen jetzt natürlich auf die Schreinerei als erstes. Wir machen wahrscheinlich hier jetzt erstmal einen Fischer hin und orientieren uns dann an dem hier. Weil der wird am... Der oder der... Ich denke, der wird am meisten haben. Einen Fisch. Building completed. 29. Nice. Mh, hier ein 15er. Attention. Building completed. Wir lassen ihn trotzdem, obwohl da ein 19er ist. Weil die beiden bringen immer noch mehr, als wenn wir hier den 19er machen würden. Weil dann passt da sonst nichts. Attention. Building completed. Ich könnte natürlich auch hier jetzt noch Fischer machen. The train has arrived at the station. Aber nur einen. Oh, das reicht. Für die Schreinerei. Attention. Building completed. Ich denke, ich werde es sicherheitshalber hier und da trotzdem mal einen Turm hinbauen. Oh, mehr Orders. Was? Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Energie. So, ihr müsst mal ein bisschen wieder hier neue Verteidigungslinien erschließen. Guck mal, der macht richtig wenig gegen den. Aber die hat er zwei Schüsse und die wären weg gewesen. Bullseye. I smell death coming. You read my mind. Yeah. Attention. Building complete. Our soldiers are in trouble. Alter, das Gasthaus ist auch nicht billig. I need to kill something. Slow, but lethal. All right. That's a certain kill. Ah, okay. Hier ist... Durch. Nice target. Hier ist auch wieder eine riesen... Stein... Fläche. All right. Yeah. Da scheint ein kaputtes Gebäude zu sein. Ah, hier, genau. Hier sind kaputte Gebäude. Das ist ein kaputtes Gebäude. Slow, but lethal. All right. Die halten noch relativ viel aus. Okay, hier sind Gebäude. Die wollen wir noch nicht angreifen. Nice target. Wer will, dass du ein bisschen XP hast? The technology research finished. So. Häuser upgraden. Alter, die Züge haben sich schon gelohnt, abzugraden. Attention. Building completed. Okay, so wird es noch passen. Okay. So wird es noch passen. Ich denke, wir bauen schon mal ein Lagerhaus. Attention. Building completed. Explode this car. Yeah. Slow, but lethal. All right. Attention. Technology research finished. The train has arrived at the station. Of course, my commander. Let's go. It's a nice day to die. Yeah. Attention. Building completed. Vielleicht sollte ich erst ein paar Farmen bauen. Ich mache es einfach. Dann fangen wir jetzt mit den Farmen an. Yes, give me something to shoot. Ich werde jetzt hier jeweils mal einen Jäger reinsetzen. Units under attack. Units under attack. Death. Lovely death. My bow and arrows are ready. Slowly, but lethal. The train has arrived at the station. Do you need me? Ich muss mal Veteran werden. Ey, das ist mir zu unsicher gerade. Wir machen erst mal die. Attention. Building completed. Attention. Technology research. Attention. Building completed. Und ich könnte jetzt jedes Mal eine Vespa platzieren. Ich hätte jetzt schon acht Stück oder was. Reporting for duty. So, hier ist nicht viel Platz für Dings. Deswegen müssen wir uns nach draußen ausbreiten. Deswegen bauen wir jetzt die Soldaten, damit wir hier erstmal was sichern können. Ja, dann können wir hier zumachen. Nehmen uns den Stein mit. Aber dafür müssen wir die Häuser weg machen. Deswegen bin ich hier dabei. The train has arrived at the station. Und wenn wir das andere, wenn wir die Bahn haben, kriegen wir nochmal 300 mehr. Das heißt, 500 oder so kriegen wir dann, ne? You again. Attention. Building completed. Reporting for duty. Ich brauche 20 Arbeiter. Ich mache mir jetzt erstmal meine 10 Soldaten. Müsste dann nachher 20 Arbeiter haben. Dann warten wir auf den Steinmetz. Attention. Technology research finished. Reporting for duty. Can ich den jetzt schon bauen? Ne, den mag, fände ich. 1000 Gold. So, damit haben wir die Soldaten erstmal durch. So, wir machen als nächstes den Markt. Aus dem einfachen Grund. Wir haben ja sehr viele überschüssige Sachen dann. Vor allem, wenn dann auch die Züge kommen. Ich hoffe, die verkaufen das dann direkt, wenn der Markt da ist. Attention. Building completed. Reporting for duty. So, die sind durch. Trainers arrived at the station. Attention. Building completed. Alter, haben die gerade 15 Holz gebracht? Krass. Die sind durch. um Tell me your darkest thoughts Let's go like a snake was actually building completed Let's go wir sparen jetzt auf den stein müssen mal gucken wie wir am besten zubauen wir könnten es so zu machen ich wollte auch auf dem ding sparen ja bullseye roi dat ja sniper ist bereit nice target da ist schon wieder stein wenn zehn von denen kommen dann können wir auch die hier weg holen da müssen wir ein bisschen drauf passen derzeit dass die veteranen werden alter hier sind echt viele von den viechern guck die kriegen alle schaden ist schon gefährlich ja roi dat roi dat die Aye, I smell death coming. I need to explode a skull. Our forces are in danger. Use neighbor at your service. Yeah, Bullseye, you wrap my mind. Yeah, that's a suss. The sniper is ready. Slow, but lethal. Alright. At your service. Bullseye. On your list. Perfect. Death, lovely death. Alright. Bullseye. Can I get a little bit of a veteran here? I smell death coming. We need more veterans. Sniper is ready to kill something. My rifle is ready. Bullseye. The train has arrived at the station. I need to explode this skull. Yeah. I need to kill something. Completed. You read my mind. Nothing bad as nighter is ready. I need to kill some brains. Yeah. Yeah. Slow, but lethal. Units under attack. Units under attack. Units under attack. Yeah. Okay. Hier wird's was schwieriger. Hier müsst ihr es so und so zumachen. Alright. My rifle is ready. Like a snake with its prey. Slow, but lethal. Also wenn ich den mit drin haben will. I need to explode this skull. Soll ich die Horde abwarten? Ich glaub das wär sinnvoller. Wenn ich die Horde abwarten würde. Maybe. Buildings. Nighter is ready. Yes. Give me something to shoot. Hm. Let's go. Es wäre sinnvoll, hierzu zu machen, da könnte ich theoretisch auch hier hinten hin. Ich könnte auch einfach hierzu machen, ne? Vielleicht kann ich die Horde auch mit der Angriffsarmee aufhalten. Der Sniper ist bereit. Ich brauche den Exploderskull. Ey, das ist krass, wie die Ressourcen, die Züge. Ich war die ganze Zeit so skeptisch. Ich bin der Sniper ist bereit. So, ihr seid jetzt die Eins. Und dann warten wir erstmal die Horde. Ich habe die Züge. Ich habe die Züge. Der Sniper ist bereit. Ich sage mir, deine Schmerzen zu sagen. Die Züge hat auf den Staten. Wer möchte ich mich verletzen? Balsche? Ich bin's! Ich bin's! Miss Carl, your sniper at your service. Who do you want me to punish? Death, lovely death. My rifle is ready. Slow, but lethal. Waiting on orders. Sniper is ready. All the way. Let's go. Understood. Dozens of infected are near the colony. All the way. Come on. They are approaching from the east. For the colony! Ready and waiting. For the humans! I know this build has come. Who do you want me to punish? On your orders. Of course, my commander. All right. Yeah. Slow, but lethal. Sniper is ready. Last night, I dreamt of brains exploding. My rifle is ready. Attention. Technology research finished. Komm, ab in die Türme. Das sind viel sinnvoller. The train is right at the station. Order, sir. Sniper is ready. Who do you want me to punish? Okay. Understood. Come from there. On your orders. On your orders. Sorry, sir. Commander, I was cleaning my weapon. Attention. Building completed. Tell me. Attention. Building completed. Commander? Is everything okay? Come on. Perfect. Alter, das hat nicht reingehauen. All right. Attention. Technology research finished. Ready and waiting. So, schaffelt's mir da raus. Ab in Angriffs-Trupp. Jetzt können wir uns ausbauen. Yes, tell me what to kill. So, wir werden erst hier oben zumachen. Roll your duck. Come on. How to lie. Our horses are ending. Putting a bullet through some brains. Nice target. Das war's gut. Yes, tell me what you killed. Just night before you run yourself. Like a snake with its prey. You read my mind. That's a certain kill. Attention, building completed. Attention, building completed. Our soldiers are in trouble. Attention, technology research finished. So many targets, gotta love it. Bullseye. Nice target. Okay, wir müssen erstmal zurück hier verteidigen. Royal Duck. Units under attack. I need to explode as call. The train has arrived at the station. Death, sniper is ready. Vertraue, officer. No matter what. This airplane was temporary. I can not miss wheelie. Mine didn't pass over there. Right- Sorry. Ja, erzähl mir, was zu töten. Der Sniper ist bereit, mit Spray. Das ist ein bestimmtes Tötet. Mein Räufig ist bereit. Death, liebe Death. Der Sniper ist bereit. Der Sniper ist bereit. Wer möchte ich mich verletzen? Der Sniper ist bereit. Death, liebe Death. Der Sniper ist bereit. Attention, building completed. Okay, wir bauen ein Kraftwerk. Der Sniper ist bereit. Mal gucken, wohin. Attention, building completed. Your Sniper at your service. Sniper is ready. I need to kill something. Na komm. Sniper ist bereit. Der Sniper ist bereit. Der Sniper ist bereit. Death, liebe Death. Sniper ist bereit. So, das war's aber dann für diese Folge. Wir sehen uns. Ah, hier geht nicht. Der Sniper ist bereit. Da kommt ein Lucifer hin. Komm, den einen da. Verdammt. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.